Fängt ja? Ja, sehr sehr gut, Badar verdient gewonnen, würde ich sagen. Nicht schlecht, Timo 2. Asus 3 da. Dann würde ich sagen, gehts rüber, ne? Yo! Wo hab ich meinen grünen Traktor? Äh Traktor, Tracker, LKW da also... Sollten eigentlich welche stehen da unten, aber... Egal, fahren wir mal hin. Wo fahrt ihr hin? Hier runter, runter, noch nicht zum Fussball. Wir haben noch hier ne Langstrecke. Ach so! Alle gegen alle. Ach so, die breite Strecke. Oh, da habt's keine Chance Jungs. Da habt's keine Chance. Da bin ich jetzt gespannt. So, Dirt Race erledigt. Trucker Race auch und die Langstrecke kommt jetzt. Woah, woah, woah. Ich hole jetzt quasi schon mal hin von auf Graf. Ich hole jetzt quasi schon mal hin von auf Graf. Oder? Nee, nee. Hahaha. Eieiei. Au, hier. Da stehen ja auch. Also hoffentlich gibt's hier nicht zwei Runden. Da hätten wir uns hier Falle gebaut. Ähm, schaffen wir's wieder nebenan und das wäre toll, wenn wir hier nur ein bisschen zusammen... Hier ist noch einer frei. Asus in dem Weißen vielleicht. Dann geht's das eh schon aus. Also... Oder... Fahr mal vor. Bleib mal vorne, okay. Oder vor. Ja, ist wursch. Wir müssen ein Portal haben. Ja, ja. Noch ist die Strecke breit genug. Noch. So, warte. Aber ich müsste gerade mal schauen, ähm, wo hier... Also, ist nicht immer weiter nach vorne fahren, hier. Hahaha. Gospital klemmt. Ich seh dich. Ich seh das. Gerade mal schauen, wo wir hier eine Zieleinfark machen. Hey, guck mal. Bleib zu mir ruhig. Ähm. Gute Frage. Wo ist denn das Ziel? Sieht immer weiter nach vorne. Da fährt's noch einmal rum, die musst du komplett fahren. Also, ich würde vorschlagen, ähm, wir fahren einmal die Strecke durch. Denn hier enden wir nicht mehr, wo wir jetzt sind. Ja, wer am Schluss von der Strecke herstößt, ne? Die hört da auf, oder? Ne, die hört nicht auf. Das ist es ja. Du fährst immer im Kreis. Aber ich würde sagen... Ich würde nicht mehr aufzeigen. Doch, doch. Da musst du mal weiter gucken, da hinten. Kommt noch mehr. Ja, ja, ja. Eigentlich, aber die wird bei mir nicht mehr aufzeigen. Ist ja wurscht. Sicher eh. Also, hier, wo wir jetzt eigentlich sind, da ist auch das Ziel. Aber hier oben auf der Brücke. Na, hinter euch. Okay, bei mir wird das letzte Stück wirklich nicht aufzeigen. Das letzte Stück? Hier hinten? Ach so, da. Doch, okay. Ja. Okay. Was? Und... Also, wir müssen die Runde einmal hier komplett fahren. Mhm. Über die Brücke drüber, dann noch eine Runde. Es sind quasi anderthalb Runden. Ich fahre einfach so lang, bis ich es wurscht, bis wer sagt, es wurscht. Also, hier, die Brücke ist eigentlich das Ziel. Die müssen wir aber einmal überqueren und dann nochmal zur Brücke kommen. Wenn du das zweite Mal an dieser Runde bist, dann sind wir da. So, schau mal, dass wir ruhig sind an der Linie stehen. Waldmeister, bleibt mal stehen. Ne, Asus, Asus, bleibt mal stehen. Okay. Partar noch vor. Carver noch vor. Gut. 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 Okay. Passt. Jawohl. So, Langstrecke ist jetzt angesagt. Werdst du jetzt runter? Graf? Ja, kann ich machen. Okay. Geht schon. Also dann, 3, 2, 1, los! Das war so klar, dass der Asus wieder vor ist. Das war wieder so klar, ey. Sag einmal, der Typ, kann man den noch nicht ausbremsen, der ist ja nicht normal. Das ist der hier. Oh, jetzt geht die Karre in die Knie. Hier. So, das hast du davon jetzt. Einmal gedreht, kann ja nicht sein. Ständig auf meiner Motorhaube gelebt. Bis zu der Stelle vorne müssen wir zweimal fahren. Oh, Timo hat sich verabschiedet hier. Ei, ei, ei. Oh, einer tat mal verabschiedet, okay. So kann man natürlich auch Erster werden. Oh, der Graf, der hat mich abgebrannt. Ja, so. Haben wir rausgeschoben. Da, also, es hat sich von oben probiert. Also, es hat sich von oben probiert. Hat er einen Waldmeister, Kopf an Kopf. Hast Kopf an Kopf. Da fährt man zu konzentriert. Ich glaub, der macht's. Der fährt einfach nur auf Konzentration, das ist Wahnsinn. Der fährt so souverän. So, wenn ihr jetzt hier nochmal seid, dann ist die Runde vorbei. Das war die... Aha. Zieleinfahrt. Wo wird denn die Gruppen gemacht? Uah! Nein! 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 Ah! Scheiße! Ach, wo bin ich denn geplant? Hey, Waldmeister, hinter mir Schickmann. Nein! Ah! Okay. Also, gegen den Partar zu verlieren, das macht mir kein Problem. Weil der fährt man zu konzentriert. Ja, ich will schon. Gegen alle anderen hätt's mir auch gefuckt, aber Partarlosse gerne gewinnen. Entschuldigung! Nein! Ich halte ja den Rücken frei. Ich liege auf dem Dach. Ich komm jetzt hin wieder auf die Stärkung auf. Partar Vorpresident! Nimm dir einen Lkw. stehen genug um habe ich schon ach verdammt super waren sie da bin ich gern zweiter und der partei erster ist da ist alles super oder wird es noch mal richtig eng deswegen ist die strecke aus jetzt kann ich gewinnen quasi eigentlich wenn ich jetzt super runter kommen aber das gelingt mir nicht so gut aber auch nicht so okay schlecht hey wie kann ich mich aufstellen ja eigentlich gar nicht dass jetzt neuen lkw schnappen aber ich kann dich auch aufstellen das schreibt man das schreibt man auch ins kript dass man die lkw sogar selbst aufstellen ich kann doch gar nicht wer fährt eigentlich den gelben lkw ohne namen oben ich das bin ich ich kann doch gar nicht was soll ich jetzt ich sehe nämlich bei dir keinen namen okay ich habe schon verloren eigentlich so bei dem her ach und das war es jetzt jetzt bin ich an der drücke ja vata gewonnen sauber nicht schlecht nicht schlecht ah der letzte die letzte der letzte sprung da hat man das knick gebrochen ja dann kann der vata dann sagen wie der zweite und der dritte ist der dann ankommt das kann ich aufsteht da geht schon ach so der zweite ist der herr waldmeister sehr gut leider noch nicht ich muss nochmal von vorne anfangen wer ist der dritte der hat keinen namen das bin ich graf ja nicht schlecht nicht schlecht mann ich hänge schon in der selben bande das ist ein team also du brauchst nie mehr fahren ähm gehts noch rüber zum fußball ja müssen wir darüber fahren oder ja das ist schon beendet der erste ist der partag der zweite der waldmeister und dritte war der graf ok ähm müsst ihr dort rüber fahren ja ich glaub ihr habt ja alle lkw's mitgenommen aber ich kann die auch grad zurücksetzen das geht ja mein blauen wieder ich bin diesmal auf schwarz umgestiegen so ich hol mal alle lkw's hier hoch jetzt müssen wir heute im team spielen ne ja tja und sagen wir ist beim nächsten beim Fußball wieder oh team ob ich es gleich wieder wissen Die stehen schon da, okay. Wir können natürlich auch folgendes machen. Ich habe ja hier so einen schönen Mod, den Grashopper. Und der hat, ja mit dem hätten wir auch die Rennen fahren können, denn der hat eine Funktion. Zeige ich euch mal hier. Wenn du damit irgendwo liegst oder so, kannst du den hier mit der Hochstelltaste gerade setzen. Dann schwebt der hoch, kannst den nach links und rechts drehen, wie du willst. Geht alles. Irgendwas texten wir mal. Ja, ja, das ist hier dieser Grashopper hier. Den könnt ihr ja mal ausprobieren. Ich hole noch mal ein paar. Ich hole noch eine kurze Pinkelpause. Ich bin gleich wieder da. Okay. Bis dann. Ich hole noch eine kurze Pinkelpause. Das geht aber anscheinend nur als Admin oder diese Zurückstreifen zu machen. Nee, drück mal die Taste F11. Dann kannst du irgendwo hinklicken. Dann landest du da. User disconnected from your channel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wen hat es denn da eben rausgehauen? Partar hat die Verbindung getrennt. Ja, der wollte doch glaube ich aufs Klo oder so. Ja, der klappt. Dann fährt er komplett den Rechner runter. Es sei ja keiner dran geht in der Zeit. Dann mache ich das aber auch mal kurz. User entered your channel. Nein, das ist ja nicht so. So, ich bin wieder da. Hört ihr mich jetzt wieder? Ja. Jo. Ach, sehr gut. Und was wird jetzt gespielt? Warte mal, ich muss jetzt erstmal wieder rein ins Server. Bei mir ist gerade was ganz, ganz Blödes passiert. Was denn? Ich soll doch auf F11 drücken. Ja. Bei mir ist es dunkel und ich tast mich dann über die Tastatur und drück auf Sleep. Was drückst du? Auf Sleep, auf die Sleep-Taste. Das ist dann doof. Ich bitte. Okay. Vielen Dank.